Herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investor und Newcomer. Was ist das denn für ein wunderschöner, sonniger Tag heute da draußen? Da wacht man endlich auf und fühlt sich richtig gut, hat man wieder Energie. Eine Kleinigkeit, Leute. Es sind schon einige Mitglied bei uns geworden. Da möchten wir verkünden, dass wir nicht immer auf alle Fragen eingehen können. Das sind so viele und auch so viele schönes Feedback von vielen, vielen Leuten. Danke dafür, Leute. Wir haben geplant gehabt, dass wir einen Livestream schalten werden für die Mitglieder, damit die auch einen Mehrwert bekommen. Und bei diesem Livestream kann man dann Fragen stellen, die dann hauptsächlich auch den Goldmitgliedern beantwortet werden. Weil wir haben uns die ganze Zeit gedacht, Mensch, die sind jetzt Goldmitglieder. Irgendwie müssen wir uns doch bei denen bedanken können dafür, dass die uns jetzt so unterstützen. Und das können wir dann auf diese Art und Weise einfach tun. Also, wer Goldmitglied werden will, hat eine bestimmte Anzahl, 10 oder 15 Goldmitgliedern, werden wir dann anfangen, Livestreams zu geben. Mindestens einmal die Woche, eventuell am Wochenende. Und beantworten dann auch eure Fragen live. Okay, bevor ich hier weitermache, habe ich hier einen Kommentar gelesen. Leute, mir war gar nicht bewusst, warum ich andauernd gegen Wände und Türen laufe. Und warum ich Dinge nicht verstehe. Aber die gute Bianca, die ist hier auf der schwarzen Katze angeritten gekommen. Und hat mir mal endlich erklärt, dass ich meine Augen aufmachen soll und meinen Verstand einschalten soll. Und ich habe es heute Morgen probiert, Leute. Und tatsächlich, ich bin nicht mehr gegen Türen gelaufen. Ich habe angefangen, Sachverhalte zu verstehen und zu analysieren. Unglaublich. Ich danke dir erstmal dafür, dass, das wusste ich nicht, dass man das machen muss, damit man im Leben vorankommt. Aber es fühlt sich jetzt auf jeden Fall wesentlich einfacher an. Und ja, die hat dann hier nochmal geschrieben. Bitcoin und Co. stehen vor dem größten Abverkauf in der Geschichte und werden sich nie mehr erholen. Game over. Microphone drop und bam, weg ist sie. Oh Mann ey. Ich meine, man kann ja solche Meinungen haben. Ist ja alles gut und schön. Kann ich zu 100% sagen, dass das nicht so ist? Nein, kann ich nicht. Wenn man mir jetzt eine Waffe an die Brust halten würde und sagen würde. Hey, weißt du zu 100% dass sie Unrecht hat? Nein, ich würde darauf nicht wetten. Ich würde sagen, nein, weiß ich nicht. Tut mir leid. Alles ist möglich. Alles kann möglich sein. Hier hat einer geantwortet. Das finde ich allerdings wesentlich sachlicher. Er hat hier seine Sachlage beschrieben. Er hat das begründet. Und das ist doch einfach mal etwas, was man sich durchlesen kann und seine Meinung versteht. Entweder genauso denkt, wie er oder anders denkt. Eventuell Anstöße bekommt zum Nachdenken. Aber wenn ich dann sowas sehe hier. Mach deine Augen auf und schalte den Verstand ein. Oh Gott. Warum? Warum muss man sowas schreiben? Ich lache immer so übel darüber. Aber gut. Menschen sind einfach so. Die müssen einfach ihre Meinung rauslassen. Ob sie respektvoll sind dabei oder nicht, ist denen auch egal. Naja. Dafür hast du das jetzt abgekriegt hier, Bianca. Do. Ich hab dich jetzt auch mal zurückgedisst. Nein. Okay. Wir wollen hier keine Mobbingveranstaltung machen. Kommen wir einfach mal direkt auf den Markt, Leute. Was ist jetzt wieder passiert? Wir sind ein bisschen kleiner, ein bisschen weiter zurückgegangen. Ist aber kein Problem. Wenn ich sage, wir werden wieder einen Aufschwung sehen. Wovon ich hundertprozentig überzeugt bin. Das kann trotzdem sein, dass wir uns eine Woche, Woche seitlich bewegen. Macht euch Daumen keinen Kopf. Eine Woche, vielleicht zieht sich das sogar zwei Wochen an, bis wir wieder so einen Aufstieg finden. Und der Preis mag vielleicht noch ein kleines bisschen runtergehen. Das ist normal. Macht euch keine Sorgen. Alles noch gut. Einfach relaxen. Sich zurücklehnen. Ein bisschen Popcorn nehmen. Und sich die Preise hier angucken. Ich möchte auf eine Sache hinweisen, Leute. Ich hab jetzt schon so oft wieder gehört. Hier, dein XRP, was du so magst und rein investiert hast, ist so stark gefallen. Und Doge ist gestiegen. Und dein Cardano und alles mögliche hier, was du erwähnt hast. Du machst Doge nieder und das steigt. Oh, Facepalm. Ich kann nur ehrlich darüber lachen. Wenn Leute reinkommen und sich nur den Preis angucken und wie viel der gestiegen ist. Und jetzt denken, dass sie ein Held sind, wenn sie da rein investieren. Dann weiß ich auch nicht weiter. Ich meine, der hat so einen Riesenanstieg gemacht. Und jetzt denken die Leute, es ist ein guter Moment, um einzusteigen. Jetzt erwarten viele, dass der auf einen Dollar geht. Dann wird sich das Ding nur verdoppeln. Wenn XRP allein auf seinen All-Time-High geht, verdreifacht er sich. Und wenn er wirklich dahin geht, wo ich es erwarte, bis mindestens 10 Dollar. Dann wird er von dem Punkt jetzt sich fast verachtfachen. Darum guckt euch nicht den aktuellen Preis an und denkt, oh, der hat jetzt so viel Gain gemacht. Es ist schön, jetzt hier reinzukommen. Nein, nicht schön. Es ist schön, wenn man rot sieht und einsteigt. Weil der Preis gesunken ist und man günstig einkauft. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Und ich finde das verrückt, wohin sich der Markt entwickelt, wenn man sich mal hier einfach reingeht, auf Gainer und Losers reingeht. Und ich gucke mir das an, was da, ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Coins existieren, aber die kommen mir alle neu vor. Dann haben wir Doge, Doge Swap Doge. Safe Mars, haben wohl gedacht, da ist Safe Moon jetzt raus, jetzt machen wir Safe Mars. NCAT Token, NCAT. Akita Ina, Akita. Doge Fi, Doge Fi. Fox Trading Fox. Ich weiß jetzt nicht, wie legit der ist. Ich lese nur die Namen und lache mir ein. Ich denke, was ist das? Wo war noch hier? Kangal, Kangal, Kangal. Pika Pikachu. Leute, Bulldog Token. Cat Token. Bamboo DeFi, Bamboo. Hungry Bear, Hungry. Ist das deren Ernst, dass die Leute jetzt reinkommen und sehen, oh, der ist sowas von günstig. Für 50 Euro kann ich 50 Milliarden davon jetzt haben. Ich habe jetzt übertrieben. Und darum kaufe ich da jetzt ein. Wenn der dann ein bisschen prozentig steigt, dann habe ich eine Million Gewinn gemacht. Leute, es werden sich so viele die Finger verbrennen und dann rumheulen, dass Kryptos blöd und doof sind. Und ich meine, wie kann ich das vergleichen, damit ihr versteht, warum ich so abgeneigt gegenüber diesem Coin will. Doge und all diese anderen, die ich da auch gesehen habe. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ein Dacia. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Ihr habt ein Dacia. Und ein Dacia, wisst ihr ja, kann man jetzt nicht mit einer S-Klasse Mercedes oder mit einem 7er BMW oder an sich der Marke, der High-Level-Marken, der Luxusmarken der Deutschen vergleichen. Und jetzt stellt euch mal vor, Dacia sagt, ey, von meinem Dacia, da werde ich jetzt nur noch wenige in Deutschland verkaufen. Den Rest verkaufe ich auf dem Rest der Welt. Und ja, für Deutsche kostet dann ein Dacia so viel wie so ein BMW oder ein Mercedes, vergleichbare Fahrzeugkategorien. Jetzt fangen Leute ans Kopf und sagen sich, hey, warte mal, also ich könnte mir für 100.000 Euro so ein 7er kaufen oder ein gleichwertiges Modell bei Dacia jetzt. Und Dacia ist ja, also wenn das auch so teuer ist, dann muss es ja auch gut sein. Ich meine, ist ja gut am Preis gestiegen. Kaufe ich mir ein Dacia jetzt? Tja, ich komme dann irgendwie mit meinem 7er BMW an und gucke euch an und sage euch, hey, hast du dir ein Dacia geholt? Ha, und dann steht jeder stolz und sagt, ja, ja, der kostet genauso viel wie dein 7er BMW. Und ich gucke rein, ich so, hat der ein Display? Nee. Hat der Klima? Nee. Hat der adaptives Kurvenlicht? Nee. Lenkt die hintere Achse mit? Nee. Hat der Doppelkupplungsgetriebe? Äh, nein. Hat der 500 PS wie meiner? Nee. Du, warum hast du das gekauft für den Preis? Wieso hast du dir keine S-Klasse, Audi, Lexus oder was weiß ich geholt? Ja, weiß ich nicht. Der Preis ist auf einmal gestiegen und dann habe ich den einfach gekauft. Und habe jetzt gehofft, dass der Preis noch weiter steigt. Das macht ihr mit Doge, die, die Doge gekauft haben. Ihr macht exakt das, Leute. Versteht ihr? Ich, 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 ich könnte hier, ich könnte hier platzen. Ähm, wisst, versteht ihr jetzt ungefähr, was ihr macht, wenn ihr Doge kauft? Genau das macht ihr damit. Mehr nicht. Ich wollte das nochmal klarstellen, bevor ich hier auf die News eingehe, Leute. Ich finde das verrückt. Ich sitze und ich bepisse mir ein vor Lachen. Ich denke, das kann doch nicht sein. Wieso packen da Leute ihr Geld rein? Nein, das sind einfach Menschen, die keinen Plan von der Welt haben. Die neu sind, die da reinkommen, sagen, das ist gestiegen, da packe ich jetzt mein Geld rein. Blödes XRP und Cardano und, und Bitcoin ist jetzt auch gefallen und Ethereum und all das Ganze ist in Rot. Aber dieser Hund, der, der steigt und da stecke ich mein Geld jetzt rein. So, so, so stelle ich mir das vor, dass, dass Newcomer reinkommen und das Geld dann da irgendwie reintun. Aber egal, ich, ich möchte jetzt nicht hier weiter, weiter ausrasten, was das angeht. Gucken wir mal weiter. Was ist passiert? Richtig schöne Information. Time Magazine erlaubt jetzt, oder akzeptiert, Kryptowährungen als Zahlungsmittel. Und was ich richtig schön finde, aber das finde ich natürlich nicht schön. Den Doge haben sie mit reingenommen, aber gut. Bitcoin ist mit drin, mit Ethereum kann man zahlen, Doge. XRP finde ich richtig cool, dass XRP jetzt auch endlich mal reingenommen wird. Was uns sagt, dass denen die SEC-Anzeige mal langsam sowas von egal ist und die alle merken, dass es einfach, dass es nichts mit dem Token zu tun hat, sondern mehr mit der Firma und den beiden High-Level-Management-Ebenen. Brad Garlinghouse, den CEO und Chris Larson zu tun hat und nichts mit dem Token eigentlich an sich. Darum richtig cool. Litecoin empfangen die auch von Uniswap, Aave, Balancer und Compound. Finde ich richtig cool, dass so eine Adoption stattfindet. Und Time Magazine ist der erste. Vielleicht werden jetzt andere Magazine auch folgen und sagen, hey, wir müssen auf den Trend aufspringen, wir dürfen das nicht verpassen. Sonst verlieren wir vielleicht eventuell Kunden, die gerne mit ihren Coins bezahlen würden. Allerdings sehe ich das auch irgendwo ein bisschen kritisch. Ich meine, man hat ja Geld reingesteckt in diese Tokens als Investment. Man möchte letztendlich seinen Fiat-Wert an Geld steigern. Wir haben ja Euros, wir haben 10 Euro gehabt, wir haben sie in Bitcoin, Ethereum, XRP, was weiß ich, in die Kryptos reingesteckt. Und aus diesen 10 Euro sollen dann irgendwann 1000 werden. Und wenn ich jetzt in einem Bärenmarkt bin und eventuell meine Position im Minus halte, warum soll ich dann mit meinem Investment bezahlen? Ich würde es niemals machen. Ich würde es mir nur eventuell vorstellen können, wenn wir in einem Bullenmarkt sind, ganz oben angekommen sind, dass ich dann sage, ja, jetzt bezahle ich damit vielleicht. Oder nicht mal dann würde ich damit bezahlen. Ich weiß nicht. Ich würde das auscashen und einen Teil auscashen, 60 bis 70 Prozent beiseite legen, dass der Bärenmarkt kommt und dann wieder einsteigen mit dem Rest. Darum sehe ich das auch so ein bisschen kritisch. Ich mag das nicht immer komplett auf dem Zug aufzuspringen. Ich mache mir mal Gedanken darüber. Und irgendwo macht es für mich keinen Sinn. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt mit meinem Investment zahlen will. Ihr würdet ja auch nicht sagen, wenn es jetzt möglich wäre, auf irgendeine Art und Weise Aktien, die ihr gekauft habt, mit euren Aktien, die ihr gekauft habt, euren Time Magazine zu bezahlen. Darum macht es für mich irgendwo nicht wirklich Sinn. Aber okay, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, später ist man Bitcoin, XRP, Ethereum oder was weiß ich, Cardano Milliardär und sagt dann, ja, ich habe jetzt genug davon, jetzt zahle ich auch gerne damit. Ich habe meine Binance-Kreditkarte und kann direkt mit meinen Kryptos zahlen. Ja, dann, wenn man genug davon hat, denke ich mal, das ist ein anderes Spiel. Aber okay, ist natürlich positiv, bringt super Publicity, wird auch wahrscheinlich gute Utility bringen, gehen viele wahrscheinlich hier rein, macht vielleicht Werbung, Leute schauen sich das wieder an, die Kryptos noch nicht kennen und sagen, hey, vielleicht kaufe ich mal ein paar davon. Scheint interessant zu sein. So, was ist hier wieder passiert? Jet. Oh, Jet. Unser lieber Jet McCaleb, der Gründer und CEO von Stellar, dem XLM-Token, dem kleinen Bruder von XRP, der war ja Mitgründer von Ripple. Der ist dann raus, dem hat das nicht gefallen, wie sich das entwickelt, wollte seine eigenen Dinger drehen und hat dann gesagt, ich gehe jetzt raus aus XRP, gründe meine eigene Firma und mache meinen eigenen Token. Und der hatte, lasst mich lügen, ich erinnere mich nicht mehr ganz, ich glaube, 9 Milliarden XRP hat er gehabt. einen Großteil davon hat er jetzt schon Verkauf gehabt. Zwei Milliarden soll er, glaube ich, noch haben, wenn ich mich nicht irre. Lasst mich lügen, ich bin nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, was das angeht, wie viele XRP der besitzt. Aber jetzt hat er auf jeden Fall 140 Millionen XRP wieder in den Preis gedumpt und das ist das, was ich immer als Kritik höre. Pass auf, der Jet Matt Caleb, der wird wieder den XRP-Preis komplett dumpen, wenn er verkauft. Leute, damit ihr eine Sache versteht, es wurde vertraglich geklärt, wenn er seine XRPs verkaufen will, dann darf er eine bestimmte Prozentzahl zum Verhältnis der letzten sieben Tage getradeten Volumens verkaufen, des globalen Volumens. Diese 140 Millionen, ich weiß nicht mehr, wo das war, der hat das bei irgendeiner kleinen Exchange verkauft und in dieser Exchange hat es einen Preisabfall von 5 Cent bei XRP verursacht. Auf dem globalen Markt hat sich eine Nullveränderung gekennzeichnet. Das heißt, dieser Verkauf von 140 Millionen XRP, die er da gemacht hat, das war, wie ich immer so gerne sage, ein Kamelfurz in der Wüste. Das hat gar nichts ausgemacht. Überhaupt nichts. Darum, ich glaube, wenn er so weiterverkauft, sollte Juni oder Juli, hat er all seine XRPs dann verkauft, dann ist dieses Tralala endlich auch vorbei. Shoutout zu Moon Lambo, vom Moon Lambo Channel, ein US-amerikanischer Channel, der hat das berichtet, von dem habe ich das hier einfach mal übernommen, diese Nachricht, was ich interessant fand auf jeden Fall. Ja, ich höre das auch mal wieder, ich denke mir, Leute, Leute, informiert euch doch, bevor ihr einfach irgendwas raushaut. Viele, viele wussten das nicht. Gut, viele, viele haben einen Vollzeitjob, gehen, arbeiten, die haben nicht so viel Zeit, sich da stundenlang, tagelang reinzulesen. Aber, if you don't know, now you know. Okay, gucken wir mal weiter. Richtig positiv, ein weiterer, populärer, japanischer, ähm, äh, Börse, eine, äh, Trading-Plattform, äh, äh, Kured, 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 die Kured, wahrscheinlich so wird es ausgesprochen, hat XRP wieder gelistet, für US-amerikanische, Bürger. Denen ist das jetzt auch egal, die haben die Nase auch voll, was da mit der Klage passiert, und sagen, Leute, ihr könnt XRP wieder bei uns kaufen. Hoffentlich bringen Coinbase und Binance US auch wieder auf diesen Zug auf. Wenn diese zwei Giganten da wieder einsteigen werden, wird das, glaube ich, für einen, für einen guten, guten Schub nach oben für XRP bedeuten. Was haben wir noch? Die SBI Bank, oder SBI Holdings hier, das ist eine, ist eine Riesenbankgruppe, da sind noch viele, viele, viele Banken darunter, ist eine japanische Bank, und die bieten ihren, ihren Kunden an, wenn sie in dem, ähm, Security Token Offering, das ist so ein Programm, was die haben, wenn sie dort teilnehmen, bekommen sie Boni-Zahlungen in XRP. Richtig schön, die kommen XRP-Boni, also ein Bonus an XRP. Und, ähm, darum, darum, der, der CEO, ähm, Yoshitaka, Yoshitaka Ketau, fühl dich umarmt, mein Freund, wir aus Deutschland umarmen dich, dass du, dass du einfach so konkret bist, und XRP einfach, einfach anwendest, und Utility, ähm, äh, stattfindet. ich, ich mag den so sehr, der hat, der hat so ein, so eine stramme Politik, die er verfolgt, und, ähm, was richtig cool ist, jeder, der 100, 100, äh, Anteile an, an der Firma hält, also Aktien wahrscheinlich, der bekommt eine Bonus-Zahlung von, 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 von SBI, von, im Wert von 23 Dollar, in XRP. Wie cool ist er? Ich wünschte, ich wünschte, viel, viel mehr Banken hätten die Courage, um diesen nächsten Schritt einzuschreiten, weil er arbeitet extrem daran, dass, ähm, XRP angewandt wird, mit Ripple zusammen, und, ähm, sobald die loslegen, werden sie ihre Konkurrenz, komplett niederschmettern können, weil durch die, durch die Ripple-Produkte, können Banken ihre Kosten, ich hab das mal irgendwo in einem Artikel gelesen gehabt, zwischen 30 und 40 Prozent ihrer Kosten, was, ähm, interkontinentale Transaktionen angeht, senken. 30 bis 40 Prozent, wenn sie Ripple-Produkte und XRP letztendlich, für die Transaktion nutzen. Und, sobald die ihren Service wesentlich günstiger, in Realtime anbieten können, statt andere, die noch Swift benutzen, und vier Tage brauchen, äh, zu einer 100-prozentigen Sicherheit bis jetzt, über, über 52 Millionen XRP-Transaktionen, fehlerfrei bis jetzt, zu einem Bruchteil, der, der Kosten, für wenige, wenige Cents, wer, wird dann nicht weiter auf diesen Zug aufspringen wollen, und weiterhin sagen, nein, ich nutze noch das alte System von vor 40 Jahren. Und das, darum, darum bin ich immer so bullisch, was XRP angeht. Und ich hab euch ja einmal gezeigt gehabt, geschweige denn, wenn sie einen Einstieg in den Derivativmarkt schaffen, dann sehe ich nur noch Raketen und Monde wirklich, wie die meisten. Was ist hier los gewesen? HUSD, der erste Stablecoin, der auf, auf, auf dem Cardano-Plattform läuft. Richtig interessant, was die hier gemacht haben. Ich scroll da runter, hier war so eine, so eine Zusammenfassung davon. Ähm, die planen also, über den, über den Cardano-Netzwerk, diesen, diesen Stablecoin, ähm, zu launchen. Und das ist, soll der erste Stablecoin sein, der, äh, nicht so einfach zu manipulieren ist. Und, da der, ähm, gebackt wird, von, von, von Adder und, äh, ERG, braucht man keine, äh, Custodians, also braucht man keine, keine, keine dritte Entität, die dahinter steckt und das backt, wie, wie bei Tether oder USD. Was natürlich richtig schön ist, dass das für, für Cardano, für Cardano und Ergo, äh, äh, Utility bringt und, ähm, mehr Geld in die Projekte fließen lässt, was natürlich auch gut für den Preis ist, weil letztendlich führt das zu einer Preissteigerung. Sehr schwer zu erklären, wie die das hier gemacht haben. Das heißt, dieses H-USD ist dann diese Sicherheit. Wenn man sich, wenn man sich den kauft, ist der gebackt durch, ERG oder, oder Cardano. Und zu dem Zeitpunkt, wo man das kauft, ähm, wird das Verhältnis, von Cardano, zu einem Dollar bestimmt und in dem Moment wird, wird, wird das, ähm, A-USD dann rausverkauft an den Nutzer. Und so wird halt, ähm, so wird halt gesichert, dass der Preis bei einem Dollar bleibt. Bisschen schwer zu verstehen, aber das ist auf jeden Fall revolutionär und ein komplett anderer Ansatz als bei den anderen Coils, wo noch irgendwelche, äh, Entitäten dahinter stecken und die, die, die den, die dann mehr, mehr Dollars angeblich kaufen müssen, damit der Dollar, ähm, damit der Tether oder USDC auf einem Dollar, äh, bleibt, wo, wo es, ähm, jetzt auch im Verfahren gibt, Richtung, Richtung Tether, wo ich, da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier gehabt? Richtig interessant. Kanada hat einfach mal die ersten drei Ethereum ETFs rausgehauen und erlaubt, dass die auf dem Markt verkauft werden. Was hier interessant war, ist, dass die alle drei auf einmal, ähm, erlaubt haben, weil bei Bitcoin haben sie dem, äh, Purpose ETF, äh, der Firma zwei Tage vor, vor den anderen, äh, äh, Firmen erlaubt, dass sie, dass sie den Handel erlauben können und die haben ein Investmentvolumen von 130 Milliarden Dollar erreicht, weil die diesen, diesen First Mover Vorteil hatten halt, ne, die waren halt die ersten, die das verkaufen konnten. Zwei Tage später hat in dem gleichen Zeitraum die Rival Evolve Fund Group nur 100 Millionen USD an Investmentvolumen erreichen können, obwohl sie 25% günstiger waren. Und damit, damit dieser Vorteil nicht mehr entsteht, vom First Mover haben sie allen drei, drei, äh, Firmen zur selben Zeit die Genehmigung gegeben, dass sie die ETFs verkaufen können. Sehr, sehr positiv, da diese ETFs, wenn man sich die kauft, werden die gebackt, das heißt, die, die, diese Firmen, die kaufen dann wirklich Ethereum und, ähm, geben dann die ETFs dazu dann halt raus, die man dann kaufen kann. Super, super positiv, super, super bullische Information, weil diese Firmen dann tatsächlich Ethereum kaufen werden, damit sie die ETFs anbieten können. Warum ich das niemals machen werde, erkläre ich euch jetzt gleich. Ich bin mal auf die Seite von diesem Purpose reingegangen und hab geguckt, hier Purpose Ethereum und hier wird eine Sache erklärt. No Wallet Required, das heißt, ihr braucht keine Wallet, ihr braucht keine, keine digitale, digitale Börse hier. Ihr braucht euren Sicherheitsschlüssel nicht und ihr müsst, ihr müsst es nicht von, von, von einer Fiat-Währung auf, auf, auf eine Kryptowährung umwandeln. Skip the hassle of managing securities or self-custity yourself. Ja, überspringt den Part einfach, dass ihr die Sicherheit dafür übernehmen müsst und, und das Halten dieser Coins. Okay, hier mal jetzt eine Sache dazu. Wenn ich meine Kryptos nicht auf meiner Wallet habe, dann habe ich auch keinen Zugriff darauf. Dann kann ich nicht machen, was ich will damit. Wenn ihr die Keys nicht habt, dann sind es nicht eure Coins. Die, die die Keys, die Private Keys auf den Token, für den Token und für die Wallet halten, die bestimmen über den Token. Das heißt, ihr kauft wirklich nur ein ETF. Etwas, was, was, was dem Kurs des Ethereums dann eventuell folgt oder gebunden ist zu dem Kurs. Aber der Coin, der gehört euch nicht. Und ihr könnt nicht einfach sagen, hey, wenn mein Ethereum Kurs steigt, dann swap ich mal eben kurz um in einem Coin, der noch nicht so gestiegen ist. Geht nicht. Ihr müsst dann hier euren Ethereum verkaufen, euren ETF. Ich weiß nicht, ob es auch wie bei den Aktien 25% sind, die ihr dann zahlt darauf, auf den Gewinn. Dann müsst ihr euch das da rausholen. Dann müsst ihr euch in eine Crypto Exchange einzahlen, wofür ihr dann Gebühren nochmal zahlt, fürs Einzahlen. Dann zahlt ihr Gebühren, dass ihr eure Coins dann kauft und habt dann so einen riesen umständlichen Weg gemacht. Nur so könnt ihr dann hier rauskommen und den Ethereum Coin wahrhaftig besitzen. Warum das so wichtig ist, erkläre ich euch mal an einem Beispiel. Ihr könntet das ja so machen mit dem ETF, aber wie gesagt, ihr zahlt richtig viele Gebühren, wenn ihr das auscashed und in eine Plattform wieder einzahlt, in eine Börse und dort dann Ethereum wieder kauft. Statt einfach den reellen Ethereum selber zu besitzen. So, gehen wir mal davon aus, hier an diesem Zeitpunkt habe ich einfach am 26. April, ich habe ungefähr jetzt einfach mal geguckt, was der Preis da ungefähr war. Der war hier bei 230 Dollar. Und sagen wir mal, ihr habt euren Ethereum irgendwann hier gekauft gehabt, hier unten, bei 80 Dollar. Der Preis schwankt, 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 geht hier her und dann habt ihr hier irgendeinen Wert von 230 rein. Ich habe eure 80 Dollar Ethereum zu 230 gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, wenn ihr sagt, hm, also ich würde jetzt gerne mal auf XRP umsteigen. Ich habe jetzt richtig gut verdient mit Ethereum, habe es vielleicht schon ein Jahr gehalten, das heißt, ich kann es steuerfrei umwandeln in XRP oder mir ausgeschen steuerfrei und ich mache das jetzt mal. Dann würdet ihr für eure, für euren einen Ethereum, der 230 Dollar kostet, wenn ihr diesen einen Ethereum verkaufen würdet, würdet ihr 50 XRP bekommen. Hört sich erstmal gut an. Hättet ihr jetzt, sagen wir mal, gehalten, ihr hättet jetzt nicht an dieser Position verkauft, der Bullrun beginnt und unser Ethereum steigt an dieser Position, an dieser Stelle, wo ihr verkauft hättet, hier jetzt am 9. März 2021. Ich habe hier auch einfach ungefähr geguckt, wie der Preis ist. Kommt mir jetzt nicht an und geht da hin und sagt jetzt, ich habe jetzt beim 9. März geguckt, der Preis war bei bei 1.900. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Das heißt, ihr seid jetzt hier angekommen, Bullrun ist gestiegen, der Preis ist gestiegen im Bullrun und wir haben 2.000 Dollar pro Ethereum. Oder euer ein Ethereum kostet 2.000 Dollar. Und ihr sagt, ihr guckt jetzt runter und denkt euch, ey, XRP, das könnte jetzt auch Cardano sein oder irgendein anderer Coin, ich habe jetzt einfach XRP genommen und ihr guckt jetzt runter und sagt, warte mal, der XRP hier unten, der kostet nur 44 Cent. Ich habe hier fast, fast eine Verzehnfachung meines, meines Ethereum gehabt und XRP hat sich in den gleichen Zeitraum nur verdoppelt. Weißt du was? Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, mein 1 Ethereum für 2.000 in XRP jetzt umzuwandeln und wenn XRP dann hochgeht, mein Portfolio dann zu 4- oder 5-fachen oder für 10 Axen. 10 Axen. Was würden wir dann bekommen? Dann würden wir XRP 880 XRP bekommen. Und das ist dann einfach zu machen, wenn ihr euren Ethereum selber besitzt. Ihr könnt dann einfach den Swap machen und hier den XRP Bullrun wieder mitnehmen, weil Ethereum hier schon nicht mehr viel Potenzial hat zum Beispiel. So machen das viele Profitrader, die gucken sich das dann an, die haben ungefähr ihre Preistargets, die gucken sich das an und denken sich, hier, ich guck mal, was, wenn er hier bis hier entsteigt. Ethereum noch zu meinem ersten Preistarget, gut, 160% ungefähr, zu meinem zweiten Preistarget, 250%. Hier wäre ich dann ungefähr bei 700%, wenn er hier entsteigt. Und dann guckt er sich an bei XRP, was würde ich machen, wenn XRP hier auf 10 Dollar geht, wie viele erwarten, was für einen Anstieg hätte ich dann da. Dann guckt er von hier aus und sagt, bei XRP hätte ich, wenn er von jetzt auf 10 Dollar geht, so einen 700% noch was prozentigen Anstieg auf den ersten Level, wenn er dann auf 20 Dollar gehen sollte, was hätte ich dann da, wie viele andere Experten erwarten, dann hätte ich 1500%, die Gewinne, die ich bei XRP realisieren kann, sind schon ein bisschen höher und da meine Tokenanzahl dann auch noch höher ist, dann habe ich ja richtig dicken Gewinn gemacht und so, so handeln viele, viele Experten. Das könnt ihr nicht, wenn ihr ein ETF kauft. Ihr habt, ihr besitzt den Coin nicht. Dieser, dieser Purpose, diese Firma, die besitzt den Coin. Ihr aber nicht. Und darum würde ich, ich persönlich niemals so einen ETF kaufen. Warum auch? Warum soll ich mir einen ETF kaufen, der den Preis von Ethereum widerspiegelt, wenn ich den Ethereum einfach selber kaufen kann? Macht für mich keinen großen Sinn, außer ich verstehe gar nichts von von, von Kryptos, ich habe jetzt gar keine Lust, ich bin ein bisschen älter vielleicht, was weiß ich, irgendwas mit 55 und ich habe überhaupt keine Lust, ich bin jetzt kein, nicht so computeraffin und denke mir, oh nee, auf irgendeine Exchange, ich soll mir jetzt so einen Nano Ledger, Medger Extra kaufen und irgendwie da drauf transferieren, ach wie geht das denn dann, dann soll ich da noch eine App drauf installieren und ich habe so keine Lust da drauf, diese, diese Purpose, der macht das alles für mich und es ist einfach wesentlich einfacher, ich zahle da einfach ein, wie bei meinen Aktien, kaufe ich die ein und alles ist gut, kann ich verstehen, aber jeder, der auf seinem Smartphone eine App installieren kann, der kann sich mit ein, zwei YouTube Tutorials angucken und weiß dann, wie man, wie man seine, seine Coins auf seinen Nano Ledger X transferieren kann, wofür wir übrigens einen Affiliate Link haben unten, wir selber benutzen Nano Ledger X, wer sich den gerne kaufen möchte, geht in unsere Beschreibung, wir haben immer unseren Affiliate Link da, kostet euch nicht mehr und unterstützt uns so ein bisschen dabei. So Leute, das war es erstmal für heute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in die Woche, der Tag fängt schon mal richtig sonnig an Leute und wir hören uns heute Abend wieder, Crypto Heroes out! ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal,